So, Radon, herzlich willkommen zu einer Weihand-Folge von Part 2 von Let's Play Dockettor mit dabei. Keine Ahnung. Halt, ich bin noch nicht mal fertig. Du musst doch nichts aufnehmen. Wir wechseln jetzt ab. Ah, warte, dann warte, ich muss das Video angucken, wie das ist. Ich nehm schon mal auf, ja. Warte. Es kommt nicht. Ich muss ja jetzt nicht mehr aufnehmen. Ich kann OBS schließen. Nö, wenn wir dann die Aufnahme fertig haben, bist du wieder dran. Ach du, OBS? So, ey, kannst du mal. Ja, ich bin doch schon dabei. Ach nee, Minecraft. Schon wieder gecrashed? Ja, warte, dann. Der Esel ist erwachsen. Das hat lang getrauert. Lass mir den Esel zählen. Und ich, ähm, für mich, an meinen Abonnenten noch was. Ich hab versucht, ähm, ARK aufzunehmen. Es leckt ein bisschen. Wenn ihr es trotzdem so sehen wollt, dann... Lasst es mich wissen. Dann findet ihr auch, ähm, demnächst ARK auf meinem Kanal. Und ich glaub, ich sollte mal das Fenster nach der Aufnahme zu machen, denn mich ehrt sehr. Da bin ich selber schön, ich weiß. Ging auch wieder am Start. Guck mal, da hat der Creep eingeschlagen. Wo? Zeig! Hier. Ich steh hier so dran und angel gerade, und dann schlägt der... Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Ich geb der gleich, hat er gut gemacht. Jetzt klauen wir auch noch das ganze Eis und gibst du mir das mal, bitte? Oh, ich hab hier schon. Ich hab was vor. Ich hab was vor. Gib mir. Ja. Was machst du? Jetzt kannst du mir schon wieder das Eis machen. Ich kann mir ja ein Schild machen. Das werd ich auch mal machen. Das bringt eigentlich gar nichts. Ja gut, das bringt schon was, aber... Jetzt komm mal her, Philipp. Heute ist dein Glückstag. Hier. Ja, ich bin Full Iron. Willkommen im Club. Das wollte ich machen. Ich wollte... Hast du was zum Füttern? Ja, noch... Hier. Ja. Auf das kann ich jetzt auch verdichten. Ich kann dir noch ein... Du hast... Jetzt klaut er mir auch noch... Ich find das nicht mehr fair. Ich find das nicht mehr fair. Nein, nein. Die holt mich hier raus. Soll ich, ähm, ne... Schere machen? Hier. Kannst du noch mehr anpflanzen? Wee. Ich hab Eisenglumpen gemacht. So. Jetzt haben wir die Babykuh. Ein Eisenglumpen. Ach so, Albennackert. Du machst doch bitte keine Eisenglumpen. Ich hab keine Ahnung, was man mit den ansteigen kann. Ich hab irgendwas mitgekriegt, dass man da die Richtung... äh... äh... Ich glaub, das stimmt sogar. Einmal... Einmal... Einmal bitte... Teil den Nacken. Mach mal ne Doppelkiste. Ja, das ist sinnvoll. Und heute sollten wir auch mal anspflanzen. Das glaubst du, was ich schon machen. Vielleicht geh ich ja jetzt noch ein bisschen Wüste erkunden. Ja, lass Wüste erkunden. Ich geh schon mal vor. Nein. Was leg ich da? Ja. Spielst du auf Deutsch? Spielst du auf Deutsch? Ja, natürlich. Spielst du auf Englisch? Ich hab was gefunden. Was? Ich bin immer ein Glückspilz. Immer. Die vierte Welt hintereinander, wo ein Villagerdorf am Spawn-Up statt ist. Du kannst ja nur Glück haben. Ich weiß. Oh, ich hab jede Menge Glück. Du kannst gerne kommen. Dann... Ah, wer? Ja, schade. Ich schlafe gerade hier einmal um den Vorgang. Ich hab eine Savanne. Ich hab eine Savanne. Ich hab eine Savanne. Ja, das ist auch in der Nähe. Nichts was mehr unser Haus möchten. Ich weiß nur noch unser Haus steht. Ich hab die Schafe dann füllen runter. Das ist ja. Schärf natürlich. Das ist ja alles. Ich hab schon gedacht, ich hätte es nicht. Meine Güte. Aber danke. Ich geh wieder um mit. Und ich hab Bücher. Bücher. Sehr gut. Baumortisch. Ja, 21 wie immer. Ich geh auch mal schon nach Hause. Ich lauf in die Wüste und schon finde ich einen Villager-Dorf. Es kann auch nur mir passieren. In der zweiten Folge schon einen Villager-Dorf. Oh Mann. Oh Mann. Wir haben Glück. In der zweiten Folge schon erstes Villager-Dorf. Na gut. Ich hab schon erst was geschafft in der ersten Folge Diamanten zu bekommen. Und in der zweiten Folge war ich schon mal im Netto. Also so ist es nicht. Was ich aber auch schon mal geschafft habe. Innerhalb von einem Minecraft-Tag in den Netto zu gelangen. So viel ist das. In einem Minecraft-Tag denke ich gerade. In einem Tag ist es locker. Ja. Aber ich sag ja am Minecraft-Tag. Das sind 20 Minuten. Ja. Bei dir jetzt finden. Und dann rein. Gut. Bei dir ist für mich nicht. Ich bin wieder da. Oh, von deiner Reise zurück. Ich bin schon etwas länger da. Ja. Der Zug. Das war die Bahn. Weißt du? Die Bahn die brauchst du immer ein bisschen länger. Typisch Bahn. Ein paar Drosseln. Ja klar. Alles muss angepflanzt werden. Was ist? Ich nicht. Ich sehe dich nur abflächlich am Arbeiten. Ja. Das sollst du ja auch sehen. Geil. Wir brauchen einen Sattel. Ich habe jetzt erst erfahren, dass wir einen Sattel brauchen. mit. Ich habe ganz viel Zuckerrohr gesehen. Oh, guck mal. Gustav ist auch da. Gustav? Also, Gustav habe ich noch nicht gesehen. Soll ich mal in unserem Zaun weiterbauen? Ja. Mach dann erstmal noch ein paar Gräser und pass auf den Krieger an, der mich verfolgt. Ja. Ui. Das darfst du nicht mich schlagen. Eisen. Nein, nein. Du darfst mich verteidigen. Eisen. Eisen. Loli. Ich sehe, es wird jetzt schon doppelt von hier aus. Was hast du gemacht? Nichts. Ich habe mich halt eben doppelt gehört. Ich habe mich doppelt. Ich habe mich doppelt. Ich habe mich doppelt. Geht's besser? Test, test, eins, zwei, drei. Ja. Pass auf, Zombie, Zombie. Ein 1,5 Herz. Gibt's hier was? Oh, Rote Beete. Hier. Rote Beete kannst du nicht essen. Jetzt bekommst du Brot. Ich habe vielleicht schon eine Schere gemacht. Schau mal. Für mich gibt's Fleisch. Ist das nicht viel? Brot für die Welt. Heute ist Karsamstag. Du brauchst kein Fleisch essen. Ähm. Heute ist es Samstag. Kein Karsamstag. Karsamstag ist kein Feiertag. Außerdem habe ich heute schon Fleisch gegessen. Ach, da drin ist das Töne, der Dorf. Ja. Wo bist du? Ach, da. Kreuzbar. Ja. Aber pass auf, dass du keine, ähm, Birkenzäune machst. Okay, ich bitte. Ich habe hier mal Laub eingesammelt. Sollen wir das auch als Sichtschutz machen? Was? Ich will was ausprobieren. Bitte nichts mit Lava. Hilfe. Du hast ein Eisenschwert. Ja. Und zweieinhalb Herzen. Dann musst du ein bisschen Skill haben. So, ein bisschen Holz fahren. Dann... Keine Ahnung. Ich habe mich schon wieder doppelt. Äh, an mir wächst nicht. Was will der jetzt? Äh, jetzt hat mich der scheißverdammte Zombie gesehen. Mist. Ich kann eine Skelette eigentlich durch Zäune schießen. Nein, 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 nein. Das ist das, was ist ja tot... Ich bin tot. Da ist schon wieder uns gelangt... Uiuiuiui. Uiuiuiuiui. Kann mir jemand sagen, was ich denn immer anfühle, damit die mich schlafen? Uiui, ein Enderman. Hast du noch was zu essen? Ja. Ja, habe ich, aber nichts für dich. Denn da stirbst du dann eh, Lua. Ich bin noch so jung, um zu schlauen. Ich hab gedacht, das wäre nicht so schlau. Ich bin in der Pampa gespawnt. Wofür hast du Blätter gemacht? Keine Ahnung. Ich wollte was ausprobieren. Ich komme schon, ich komme. Nice, Enderman. So. Du stirbst. Ich hab gesagt, du stirbst und du verschwindest nicht. Ja, ja, ja. Ich hab was, was du durchtast. Enderman. Nein. Guck mal. Hat jemand meine Hose gesehen? Nein. Also, sterben war jetzt nicht angesagt. Und es war ein Zombie? Ich denke mir, was liegt denn da alles rum? Das sind meine Sachen. Hast du meine Hose eingesammelt? Nein. Nein. Ja, hab ich. Hermit. Ich kann doch nicht hier nackt rumlaufen. Wo sind meine Sachen? Wo ist mein Grasblock? Ach, da. Guck mal. Philipp. Hinter dir. Guck mal, was ich in der Hand habe. Guck mal, was ich in der Hand habe. Guck mal, was ich in der Hand habe. Dann kannst du die Blätter wieder abbauen. Dann will ich den Zaun entlang bauen. Oder? Ja, ich kann mir den Bogen machen. Was ist denn jetzt schon mit dem Bogen anfangen? Haben wir kein Holz mehr? Ja. Alles weg? Ja. Und ich bin nicht schuld. Ja. Wenn man schon so sagt. Dann habe ich mein Eisenschwert kaputt. Dann habe ich das getrobbt. Ich habe dein Eisenschwert nicht. So, das mache ich mir nochmal. Ich bin sehr verschwenderisch. Ja, das bist du. Also, wir haben schon richtig weh in der Kiste. Ja. 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 Das heißt Knöpfe. Wie ich denn das hasse? Und so, so geräuschen. Wir sind richtig gut equipt. Wie bitte? Wir sind sehr gut equipt. Ja, das stimmt. Für die zweite Folge ist das eigentlich schon richtig gut. Ich würde ja sagen, wir machen hier nochmal so einen kleinen extra Raum. Okay. Das ist ja unser Garten. Das zäunt ja unser Grundstück ab, das was ich hier mache. Also alles, was du uns gehört zu unserem Grundstück, äh, baust du innerhalb des Zaunes, okay? Ja. Schon noch essen. Wie bitte? Essen. Ja, bau an. Habe ich doch. Oh Scheiße, habe ich nicht. Ich hätte essen, aber ich weiß, ich glaube, du verhottetes Fleisch machst. Wo ist unsere Haue hin? Wo ist unsere Haue hin? Da, guck mal, ich... Was ist? Nix, nix. Alles gut. Das ist... Alles gut. Alles gut. Nix Schlimmes. Glaube ich nicht. Hilfst du mir dann alles hier auf eine Ebene zu bringen? Innerhalb von dem Zaun? Ja... Ich kann gerade noch ein bisschen Stein fahren. Ja, das ist auch gut. Können wir nicht einen Cobblestone-Generator machen? Wofür brauchen wir Cobblestone-Generator? Wir sind hier nicht auf Skyblock. Da muss sich keine Höhle aussehen. Es sollte doch ein Schlimm sein. Ich habe Eisen gefunden. Dann baut das auch ab. Dann gibst du mir mal zwei Stein. Ja, mach ich mal. Ich bin hinter dir. Danke. Hier bekommst du noch einen. Ich brauch die nur für zwei Steinschaufel. Verstehst du? So. Was gab's bei dir eigentlich heute schon zum Essen? Ach, ich hab mir Nudeln mit Himalansauce gemacht. Mal wieder. Achso, deine Munde ist ja gerade gar nicht da. Doch. Jetzt ist sie da. Aber ich koche fast immer. So, bei uns gibt's heute auch. Wie bitte? Nudeln mit Halsfleisch. Oh, ich freu mich schon. Boah, ich hab jetzt schon Hunger. Den ganzen Tag nichts gegessen heute Morgen. Sind... Kawa mit Amrikanern. Okay. Okay. Jetzt... Denkst du ich... Ich werd viel zu viel essen. Ich hab gestern noch bis 2 Uhr Minecraft gespielt. Allein oder? Nicht alleine. Hat Marie noch mitgespielt? Ja. Habt ihr noch gewonnen? Nein. Leider nicht. Es war so knapp. Das Scheiß. Das Gelb Team hat gewonnen. Und dann... Und dann haben wir noch Jumpboard gespielt. Und ein paar Jump'n' Ons gemacht. Na gut, Jump'n' Ons spielt die... Das suchtet die. Okay. Denn kein anderer Mensch wurde das so suchtet wie Marie. Ich sag eins, Max. Max suchtet das auch. Ja. Ich sucht das nicht. Ich hasse... Ich hasse Jump'n' Ons. Ich eigentlich auch, aber spiel's auch. Macht's Spaß? Ich wollte nur erwähnen. Ich spiel's zwar auch, aber ich bin nie richtig gut. Okay. Rage. Rage ist richtig geil. Das spiel ich gern. Obwohl ich nicht so gut bin. Rage Mode. Das ist so laut. Ah, jetzt ist's angenehmer. Ich geh' mal zu nem Villager dort. Haben die noch Essen? Ich hab' die ganzen Felder geplündert. Der Pool, da brauch' ich nicht mehr hinrennen. Aber... Aber es gibt die Rage, die pflanzen immer mal wieder an. Also kannst du schon mal hinrennen. Vielleicht sind die Felder wieder bepflanzt. Und ich glaube, ich sollte mal die Folge mal wieder beenden. Denn wir sind jetzt schon bei... Oh ja. Fast bei ner halben Stunde schon. Wie? So lange. So lange nehm' ich schon wieder auf. Wie schnell die Zeit vergeht, oder? Ja. Komm schnell an unseren Spahn. Ich bin doch schon da. Wir haben wieder schon so viel Erde. Aber die Erde bitte nicht wegschmeißen. Das ist einfach raus. Wie bitte? Hast du das Eisen raus, wo ich reingepflanzt hab'? Ja, das ist jetzt in der Kiste dran. Achso, in der Kiste ist ein Eisenschwert. Das hab' ich gecrafted, nachdem ich meins wieder gefunden hab'. Okay. Geil. Du hast es dein Schwert gefunden und hast du noch mal eins gecrafted. Ich hab' meins nicht gefunden, hab' eins gecrafted und hab's dann in der Kiste gefunden. Achso. Achso. Ich hab' zu, Hunger? Ich muss mal mit Karotten anbauen. So. Jetzt klaut er auch noch mehr... Nein. Jetzt klaut er auch noch mehr... Jetzt klaut er auch noch mein Essen da. Ja. Meins, nicht deins. Du kannst jetzt hier alles einpflanzen mit deinen Karotten. Ja. Ich hab' ich schon selber gegessen. Du hast bestimmt noch welche. Ja. Wie geht's? Nein. Du musst aber auch selber auf die Idee kommen. Du meckerst immer rum, kein Essen, ja? Dann mach' ich mir halt Knochen mit und mit und lass' den placken. Haben wir Knochen? Ich hab' jetzt alles dafür auch verbraucht. Haben wir noch Knochen? Also, ähm, die nächste Folge seht ihr dann wieder bei Keine Ahnung und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also, ciao!